Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. In der Ukraine schwindet die Zuversicht auf einen Sieg über Russland. Nur etwas mehr als jeder zweite Ukrainer, 58 Prozent, glaubt an dieses Szenario. Dies ergab eine Umfrage des European Council on Foreign Relations. Ein knappes Drittel erwartet einen Kompromiss nach Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Vor eine Alternative gestellt, änderten sich diese Zahlen. Demnach würde eine relative Mehrheit von 45 Prozent der Ukrainer auf Territorien verzichten, wenn dadurch die Souveränität des Landes und die Möglichkeit eines Beitritts zu EU und NATO gewahrt würden. Nur 26 Prozent würden sich mit einem demilitarisierten und neutralen Status des Landes abfinden, wenn dafür alle verlorenen Gebiete zurückgeholt würden. Eine bei dieser existenziellen Frage erstaunlich große Gruppe von 29 Prozent hatte keine Meinung. Die Leistungen ihrer westlichen Partner schätzten die Befragten überwiegend positiv ein. Als mit Abstand zuverlässigste Freunde gelten Großbritannien, 84 Prozent, Deutschland, 78 Prozent und die USA, ebenfalls 78 Prozent. Relativ viele Ukrainer, 35 Prozent, stuften Polen als unzuverlässig ein. Das überrascht angesichts der großen Unterstützung, die Warschau vom ersten Tag des Krieges an geleistet hat. Auf dem letzten Platz landete Rumänien. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.